Da mit Paul Nicholson habe ich eine lustige Geschichte. Ich habe auf der Tour in den letzten Jahren einmal für ihn geschrieben, ein Match. Und zwei habe ich auf der Bühne gecallt von ihm. Und er hat noch nie ein Leck verloren. Und immer wieder... Stromausfall. Stromausfall im Ehrlich-Ehrlich. Wow. So, damit heißt es jetzt Kerzen anzünden und damit doch besinnliche Adventszeit. Jetzt auch bei der Darts-WM. Ist das schön. Wunderbar, dass das auch mal passieren kann. Ist das nicht so, Paul Nicholson. Ja, Wahnsinn. Jetzt muss man nur zusehen, dass das schnellstmöglich wieder funktioniert. Stellt mal ein paar Teelichter auf. So, was machen die Refs? Die Spieler dürfen die Bühne verlassen. Die Spieler dürfen, müssen, sollen erst einmal die Bühne verlassen, bis sich das alles hier wieder aufklärt. Wir machen einen kurzen Break. Wir machen die Bühne verlassen. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017